Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht eigentlich schon das Hauptthema im Hintergrund, nämlich mein Bücherregal. Das Witzige an der Sache ist, dass ich ja tatsächlich, ich bin vor einem Jahr hier eingezogen und da habe ich euch ab und zu ein paar Bücherregaltouren hochgeladen. Ich glaube, ich habe es nie bis zum Ende geschafft, ich weiß es aber auch gar nicht mehr, es ist schon ewig her. Auf jeden Fall habe ich, als ich vor einem Jahr hier eingezogen bin, in diese Wohnung entschieden, meine Bücher mal anders zu sortieren als sonst. Ich habe früher immer noch Genre sortiert und als ich hier eingezogen bin, habe ich dann gedacht, okay, ich möchte das mal anders machen, weil mich das gestört hat, dass die Bücher nie dieselbe Größe hatten, die zusammen auf einem Regal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte noch Verlag sortieren, weil beim Verlag erstens ist das Verlagslogo meistens, wenn es nicht irgendwann neu gemacht wird, immer dasselbe und die Hardcover haben dieselbe Größe und die Taschenbücher haben dieselbe Größe. Und ich habe dementsprechend auch Hardcover und Taschenbücher zusammengestellt, also ich habe da keine Trennung gemacht, viele trennen ja tatsächlich auch Hardcover und Taschenbücher und habe dann für mich einfach eine neue Ordnung geschaffen. Allerdings war ich letztens im Kundengespräch mit einer Kundin. Auf jeden Fall hat die gesagt, sie hat ein Bücherregal komplett nur für ihre Lieblingsbücher. Und ich war dann so, wait, what? Auf jeden Fall hörte sich das für mich so interessant an, dass ich halt gedacht habe, ich würde gerne auch ein Regal haben oder mindestens mal ein Regalbrett, das muss ja nicht viel sein. Ein bisschen Regal einfach, wo ich meine Lieblingsbücher hinstelle. Einfach, damit die besonderen Platz haben, damit die gewertschätzt werden oder damit ich halt immer irgendwie auf sie zugreifen kann. Und ja, ich weiß einfach nicht. Momentan hat mich so ein bisschen die Motivation gepackt, hier ein bisschen was umzusortieren. Ich werde euch mal gleich meine Regale im Überblick nochmal zeigen und euch dann zeigen, was ich so machen will. Also ich habe gedacht, ich sortiere jetzt mal wieder nach Genre, nach Themen, weil es momentan natürlich alles überhaupt nicht nach Thema gestellt ist. Bei mir steht alles gemixt, weil ich halt vom Verlag sortiert habe. Und ja, ich habe gedacht, ich probiere es vielleicht mal wieder aus. Allerdings nimmt es natürlich immer viel Zeit in Anspruch, das alles aus dem Regal rauszuräumen und dann wieder in einer anderen Ordnung reinzusortieren. Ähm, ich bin mal gespannt, wie lange ich es aushalte. Also ich meine, wenn ich jetzt anfange, rauszuholen, muss ich es natürlich auch wieder reinpacken. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich danach glücklich sein werde, weil eigentlich finde ich es ganz nett, so wie es ist. Aber ich brauche hier ein freies Regal, wenn ich mein Lieblingsbücherregal machen will. Und ja, dafür muss ich halt einfach umsortieren. Und ich bin halt einfach mal gespannt, ob ich glücklich sein werde, wie es danach ist. Ich meine, natürlich könnte ich dann auch wieder umsortieren, aber das nimmt ja immer wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und deswegen ist es natürlich nicht mal so, ach, nö, mache ich doch nicht. Und dann macht man es einfach wieder rückgängig. So einfach ist es halt auch nicht. Ja, ich zeige euch das Ganze jetzt mal im Überblick. Und dann werden wir halt einfach mal sehen, wie es jetzt ist. Und ich bin gespannt, ob ich es durchziehe. Ich weiß einfach nicht, ob es das Richtige ist. Aber nach einem Jahr kann man auch mal wieder was Neues vertragen. Wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich einfach nächstes Jahr wieder anders sortieren. So, ihr Lieben. Und zwar geht es um dieses Regal, dieses Regal, dieses und dieses. Es geht nämlich tatsächlich nur um meine gelesenen Bücher. Denn da hinten ist ja quasi schon Subregal. Da sieht man jetzt nicht so viel, weil hier meine kompletten Rattis alles versperren. Aber ich möchte, wenn dann, nur meine gelesenen Bücher umsortieren, weil ich es halt einfacher finde, die ungelesenen Bücher zu finden, die ich suche, wenn ich nach Verlag sortiert habe. Und deswegen werden meine Subbücher auf jeden Fall weiter nach Verlag sortiert bleiben. Es geht dementsprechend um diese Regale hier. Und um dieses Regal. Und dieses Regal soll mein Lieblingsbücherregal werden. In dieses Regal, dadurch, dass es ja nicht so eine Tiefe hat, also in den Raum rein Tiefe, ist es einfach schön zum Rücken an Rücken reinstellen, weil man kann halt einfach nicht so viel reinstellen. Und ich nenne das mein Chaosregal, einfach weil ich da alles drin habe. Hier sind meine Kochbücher, da sind meine Backbücher, da sind meine Kinderbücher, da sind meine Märchenbücher, da sind so teilweise Jugendbücher, Mangas, hier sind meine alten Schulbücher. Und da oben habe ich Biografien und auch Märchen etc. papier. Es ist wirklich so ein bisschen mein Chaosregal. Und ich bin halt so ein bisschen, ich will das so nicht mehr. Und ich fände es halt wirklich, wirklich schön, wenn ich da meine Lieblingsbücher drin habe. Ich weiß halt nicht, wie viele Lieblingsbücher, also richtige, richtige Lieblingsbücher, ich jetzt zum Beispiel hier rausziehen werde. Ich meine, natürlich wird da wahrscheinlich das komplette Regalbrett einmal hier rüberziehen. Einfach weil das eine Lieblingsbuchreihe von mir ist. Und die sind alle toll. Aber ich weiß nicht, wie viele weitere da noch dazukommen werden. Also dafür muss ich halt erstmal alles rausräumen. Das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber ich denke, ich kriege es trotzdem irgendwie auch schön hin. Also wir werden sehen. Ich fange jetzt mal an. Was ich vergessen habe, Leute, ist, dass dieses komplette Regal auch dazu zählt. Obwohl das eigentlich fast alles New Adult ist. Also das ist New Adult, das ist alles komplett New Adult, englische Bücher, Fantasy und so weiter. Also mal gucken. Ich denke, vielleicht, wenn ich hier New Adult reinmache, vielleicht passt es dann ganz gut in dieses kleine Regal hier. Dann würde zum Beispiel hier dieser Mischmasch wegkommen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also, ja, genau, so wird es wahrscheinlich bleiben, ihr Lieben. Ich habe jetzt unterteilt. Ich muss mal gerade hier Schreibtisch schon wegfahren. Also da leer, leer, leer. Da ist schon ein bisschen was drin. Und in dem Regal auch. Also, wie habe ich das Ganze aufgeteilt? Zum einen haben wir hier Sachbücher, Biografien, Ratgeber. Das ist alles auf dem Haufen. Und ich zähle halt so Bücher zu Filmen, zu was auch immer zähle ich hier dazu. Genauso wie Familienalben mit Bildern drin. Sachbücher im Allgemeinen, Ratgeber und Biografien. Das ist alles hier so der Stapel. Hier diese Stapel haben wir High Fantasy. Bei dem Buch war ich mir nicht so ganz sicher. Ja, Spieler, den sind, glaube ich, nicht in der normalen Menschenwelt. Deswegen High Fantasy. Die größte Abteilung ist Jugend Fantasy. Das ist das alles hier und das. Und hier springt es über zu, ja, Jugendliebesgeschichten. Also das sind alles Liebesgeschichten. Da hinten habe ich sowohl Klassiker, als auch meine alten Schulbücher, als auch Kinderbücher. Weil ich sehr, sehr viele Kinderbuchklassiker habe und das dann mit in die Abteilung Klassiker ging. und viele meiner Schulbücher-Klassiker sind, vermischt sich da hinten so ein bisschen alles. Auch mit meinen Märchenbüchern wegen Kinderbuch etc. Dann haben wir hier diesen kleinen Stapel. Das sind LGBT-Bücher. Dann habe ich hier Dystopien. Ist auch gar nicht mal so viel. Hier habe ich normale Romane, wo man jetzt nicht unbedingt eine Liebesgeschichte drin hat, wo ich nicht so zuordnen konnte. Das ist alles hier drauf. Hier haben wir so Thriller, Jugendthriller, so ein bisschen Spannungsromane. Das ist alles hier. Hier habe ich zwei Bücher, die in fernen Ländern spielen. Die habe ich getrennt. Oh, hier liegen noch Kinderbücher. Die sind noch nicht richtig zugeordnet. Und da haben wir Mangas und Graphic Novels. Da hinten sind meine ganzen Lieblingsbücher, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, ob die da reinpassen. Ich habe aber tatsächlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich zähle mal nicht komplett Colleen Hoover, weil bei Colleen Hoover habe ich auch so zwei, drei Lieblinge. Ich habe halt gedacht, vielleicht passt die komplette Autorin hier rein, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich hier noch einiges nicht richtig eingeordnet habe. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool, so als Lieblingsbücherregal. Und hier hinten kommt dann quasi New Adult und Erotik rein. Also da habe ich gar nicht so viel. Also muss ich mal gucken, ob das Regal ausgefüllt ist. Ansonsten packe ich hier ein anderes Genre rein und packe die darüber. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ich hoffe, dass das Einräumen schneller geht, weil wir haben mittlerweile schon Viertel nach elf und ich habe auch keine Lust, hier ewig zu sitzen. Deswegen, oh, da oben stehen noch ein paar Bücher drin. Ups, vergessen. Sind aber alles, soweit ich sehe, Jugend-Fantasy-Bücher. Von daher ist es nicht so schlimm. Ein Lieblingsbuch ist noch dabei. Nämlich Timeless, Retter der verlorenen Zeit. Das war sehr geil. Ja, genau. So, ihr Lieben, das Endergebnis wollte ich euch im Hellen zeigen. Deswegen habe ich das jetzt am nächsten Tag aufgenommen. Und zwar haben wir hier zum einen die Thriller-Abteilung und hier die normalen Romane oder die, die ich nirgendwo einordnen konnte. Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel hier die Harry-Potter-Sachen habe liegen lassen. Hier oben drauf liegen noch so ein paar Sachen, die ich jetzt nicht mit ins Lieblingsbuchregal einsortieren wollte. Ähm, dann haben wir hier oben Dystopien, ähm, ja, alles Dystopisches, was ich so habe. Dann gefolgt von Fantasy-Jugendbüchern. Noch weiter Fantasy-Jugendbücher. Dann, ähm, noch weiter Fantasy-Jugendbücher. Und hier unten habe ich dann die High-Fantasy einsortiert in zwei Sparten. Also ich finde es halt ganz cool, wenn die Genre wirklich so ineinander übergehen, dass es irgendwie passt. Dann habe ich hier oben meine Liebes-Jugendbücher gefolgt von LGBT-Büchern sowie ganz normalen Jugendliebesbüchern. Ja, Jugendliebesbüchern. Das läuft alles so auch ineinander über. Hier haben wir dann meine Sicklet. Das ist alles Literatur, wo es um Jugendliche geht, die in irgendeiner Form Probleme haben. Dann habe ich hier unten Kinderbücher, Kinderbuch-Klassiker, Märchenbücher und ganz unten dann auch nochmal, ähm, meine ganzen, ähm, großen Märchensammlungen und weitere Kinderbuch-Klassiker. Gefolgt von hier oben meinen Mangas und Graphic Novels, meiner Schulliteratur und Klassikern eben. Auch weiter Klassiker. Hier unten haben wir dann Biografien und Sachbücher. Und das zieht sich nach ganz unten zu so einer kleinen Ecke, die irgendwie nicht ganz so toll aussieht. Aber das braucht man immer. Das hatte ich ja in meinem Chaosregal auch. Und dafür sieht mein Chaosregal jetzt, wie ich finde, wunderschön geordnet aus. Obwohl ich sagen muss, wie ihr seht, ist da kein Platz mehr für auch nur irgendwas. Ich glaube, es würde vielleicht noch ein Buch dahin passen. Und ich kann ja auch überlegen, ob ich, wenn irgendwann kein Platz mehr ist, tatsächlich nur noch meine Lieblings-Kulinen-Huver-Bücher hier stehen habe. Ich habe tatsächlich jetzt komplett Kulinen-Huver in das Regal mit reingebracht. Da sind eben alle meine Lieblingsbücher drin. Wirklich von Kindheit an bis eben zu dem Zeitpunkt jetzt. Und ja, ich fand es wirklich krass, wie viele Jugendbücher ich habe. Aber wenn man das mal auf meine 24 Jahre rechnet, ist es gar nicht mal so viel. Also ich meine, es hält sich eigentlich echt in Grenzen. Ich meine, man hat natürlich mal so Bücher, die man mag, die jetzt aber nicht unbedingt so, das, ich meine zum Beispiel hier das. Ähm, Niemalswelt. Oh, ich muss übrigens sagen, tote Mädchen, lügend, ich steht hier falsch. Das gehört ins Lieblingsbuchregal. Aber Niemalswelt fand ich richtig, richtig gut. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Lieblingsbuch, wo ich sage, das muss in meinem Lieblingsbuchregal stehen. Ähm, genauso wie Fireman. Das fand ich auch mega geil. Oder Das ist kein Spiel. Fand ich auch super. Aber das muss nicht unbedingt in meinem Lieblingsbuchregal stehen. Dann habe ich halt wirklich so, ähm, auch eine Abtrennung gemacht von Büchern, die wirklich so richtig meine Lieblingsbücher sind. Die wirklich, wo nichts anderes drüber geht irgendwie. Und ja, das ist das. Und wie gesagt, ich habe halt die Möglichkeit zu sagen, gerade hier bei Colin Hoover oder bei Schirach, Tabu, ähm, wenn ich keinen Platz mehr habe, dass dann halt einfach die aus, ähm, rangiert werden aus diesem Regal. Ich habe halt gedacht, es ist ganz schön, die Autoren dann zusammenstehen zu lassen. Und jo. Genau. Und dann fehlt ja noch dieses eine Regal. Und zwar ist das das New Adult Buchregal. Da steht wirklich komplett nur New Adult drin. Was ich sagen muss, was ich irgendwie richtig krass finde, ist, dass ich so gefühlt jetzt bei den einzelnen Genres mehr Platz habe. Weil, ähm, wenn ich die andersrum legen würde, hätte ich da noch wahnsinnig viel Platz, um andere Bücher reinzuhauen. Und auch hier überall ist nach oben noch Platz. Also, irgendwie habe ich jetzt mehr Platz, um noch weitere Bücher dazuzustellen als vorher. Ähm, Ich weiß nicht, wieso das so ist, weil es anders sortiert ist. Keine Ahnung. Hier ist jetzt nicht mehr so viel Platz, aber, ja, das ist so das Endergebnis. Und ich stand gestern bis um zwei Uhr hier. Bis um zwei Uhr. Ich habe zum Beispiel auch meinen Kerstin Gierschuber wieder mit reingenommen. Der stand ja eigentlich da oben. Das heißt, da hätte ich dann auch noch mal Rangiermöglichkeit. Also, wenn da irgendwie kein Platz mehr ist, kann ich den immer noch oben aufs Regal stellen, wo halt meine anderen Schuber stehen. Aber oben, das sind halt jetzt momentan alles ungelesene Schuber. ja, genau, das ist das Endergebnis. Ja, ihr Lieben, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ähm, dass ich euch beim Umsortieren mitgenommen habe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Bücherregal sortiert habt. Das würde mich sehr interessieren, weil es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Varianten. Ähm, ich glaube, es machen nicht viele nach Verlag, so wie ich das im letzten Jahr hatte. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute machen es tatsächlich Genre gebunden, also nach Genre. Ähm, bei uns im Laden sortieren wir ja auch einerseits nach Genre und im Genre dann nach ABC. Ähm, viele machen auch diese Farbregale. Das könnte ich gar nicht. Ich glaube, da muss man sich halt erst aus diesem Muster befreien, dass man Reihen gerne zusammenstehen haben möchte. Und so weit bin ich noch nicht. Also, das kann ich nicht. Ich finde es zwar wunderschön, könnte aber meine Reihen ähm, nicht trennen. Also, ähm, ich finde das Konzept super, super schön. Ich finde es auch, ich habe sehr großen Respekt vor Leuten, die das machen, die ihre Reihen auseinanderreißen. Aber, ja, vielleicht habt ihr da draußen ja ein ganz anderes Konzept, wie ihr euer Bücherregal sortiert. Ich finde das wahnsinnig spannend. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!